Also Leute, das geht ja gar nicht. Also Leute, ich bin sprachlos. Ich habe in einem Video gesagt, wollt ihr ein Livestream oder ein Video beim 100 Abonnenten Special. Und dann habe ich gesagt, ihr sollt in den Kommentaren abstimmen. Und was macht ihr? Nur Kommentare. Schreibt doch mal in jedes Video auf unserem Kanal etwas Nettes in die Kommentare. Wenn ihr ein bisschen Glück habt, dann grüße ich euch im nächsten Video.